Willkommen zum Seminar kreative Texte schreiben. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Einen guten Anfang finden, Ideen umsetzen, fesselnde Geschichten schreiben, das sind die großen Herausforderungen in Berufen, die vom kreativen Texten leben. Als Autor in Marketing, PR und Social Media oder als privater Schreibenthusiast sind Sie immer auf der Suche nach den richtigen Worten, die andere Menschen überzeugen. Warum werden manche Texte lieber gelesen als andere? Welches Thema verspricht Spannung? Wie setzen Sie geschickt Storytelling ein? In diesem Seminar erhalten Sie zahlreiche Praxistipps, wie das kreative Schreiben und Veröffentlichen der eigenen Texte gelingen kann. Jeder Teilnehmer ist eingeladen, eigene Texte mitzubringen, die in einer wertschätzenden Atmosphäre gemeinsam besprochen werden können. Lassen Sie uns gemeinsam kreativ werden. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Buchen Sie Ihr Seminar einfach online unter ifm-business.de oder lassen Sie sich beraten. Wissen bewegt! Wissen Sie 1940-Jedin